Hey, du, ich beobachte schon seit drei Stunden, in der Zeit hast du viermal Bier getrunken, bist aber noch nie aufs Häusel gegangen, gell? Aber schon das dritte Mal im Wasser. Nein, Entschuldigung, ich bin ausgebildeter Bademaster. Ich komme nicht raus, wenn einer im Wasser drinsteht und Ruhe gibt. Und so schaut es... Das sind keine Schwimmübungen, gell?